Guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie zu unserem heutigen Vortrag die Staatshaftungsrechtlichen Anspruchsgrundlagen. Kurz für Sie zur Orientierung, wir sind im Staatshaftungsrecht, guck uns die Grundlagen an, also die Staatshaftungsrechtlichen Anspruchsgrundlagen. Zunächst stelle ich Ihnen das Lernziel vor, Sie erhalten nämlich mit diesem Vortrag einen Überblick zu den Staatshaftungsrechtlichen Anspruchsgrundlagen. Die Details der einzelnen Anspruchsgrundlagen sind anderen Vorträgen vorbehalten, also hier geht es jetzt wirklich mal um einen Überblick. Also zunächst mal, was ist denn das Staatshaftungsrecht überhaupt? Beim Staatshaftungsrecht geht es um Ansprüche des Bürgers gegen den Staat. Ich sage mal salopp, wenn der Staat irgendwas falsch gemacht hat, dann will der Bürger das natürlich nicht auf sich sitzen lassen, sondern er möchte gegebenenfalls, dass der Staat das wieder gut macht, sei das in Geld oder vielleicht auch auf andere Weise. Und genau das gucken wir uns jetzt mal an. Also, zunächst mal unterscheidet man ganz grob in zwei Richtungen, kein Geld und Geld. Fangen wir an mit kein Geld, zum Beispiel der sogenannte Vollzugsfolgenbeseitigungsanspruch oder auch der normale Folgenbeseitigungsanspruch. Denken Sie mal kurz darüber nach, wo der Unterschied war. Der Unterschied liegt darin, der Vollzugsfolgenbeseitigungsanspruch, der richtet sich im Hinblick oder richtet sich gegen Verwaltungsakte, der normale Folgenbeseitigungsanspruch gegen alles andere Verwaltungshandel. Gucken Sie zum Beispiel bei dem Vollzugsfolgenbeseitigungsanspruch auch mal in § 80 Absatz 5 Satz 3 und 113 Absatz 1 Satz 2 VWGO. Denken Sie da allerdings daran, das sind jeweils nur Möglichkeiten der prozessualen Geltendmachung. Das heißt, das sind keine Anspruchsgrundlagen. Das unbedingt im Hinterkopf haben. Also, kein Geld, zum Beispiel der Vollzugsfolgenbeseitigungsanspruch. Nämlich, ein Beamter äußert sich eher verletzend über einen Bürger. Dann stellt sich natürlich die Frage, was kann denn der Bürger jetzt dagegen machen oder was kann er verlangen? Also, was kann der Bürger tun? Er kann zum Beispiel verlangen, Widerruf der Aussage des Beamten. Rechtsgrundlage dafür oder Anspruchsgrundlage wäre dann der sogenannte Folgenbeseitigungsanspruch. Oder wir haben den öffentlich-rechtlichen Unterlassungsanspruch. Der ist auch nicht auf Geld gerichtet, sondern eben auf Unterlassen. Nämlich, wir haben wieder, der Beamte äußert sich eher verletzend. Was kann der Bürger tun? Er kann zum Beispiel verlangen, dass der Beamte künftig ähnliche eher verletzende Äußerungen unterlässt. Anspruchsgrundlage wäre dann der öffentlich-rechtliche Unterlassungsanspruch. Wenn es um Geld geht, dann unterteilen wir wiederum zwischen dem rechtswidrigen Eingriff und dem rechtmäßigen Eingriff. Beim rechtswidrigen Eingriff geht es zunächst mal um den Amtshaftungsanspruch. Geregelt in Artikel 34 Grundgesetz in Verbindung mit 839 BGB. Beide Vorschriften müssen Sie kennen. Vor allen Dingen denken Sie daran, Amtshaftungsanspruch geht nach Artikel 34 Satz 3 Grundgesetz. Immer vor die ordentlichen Gerichte. Das können Sie auch nicht durch 17 GVG überspringen. Steht extra darin. Wenn Sie einen Amtshaftungsanspruch gelten machen wollen, müssen Sie das immer vor den ordentlichen Gerichten gelten machen. Also zum Beispiel hier, da haben wir es nochmal in der Überschrift, Amtshaftungsanspruch hat 39 BGB in Verbindung mit Artikel 34 Grundgesetz. Der A ist jetzt Adressat einer behördlichen Abrissverfügung und die Behörde vollzieht das Ganze, die reißt sein Haus ab. Und zwar rechtswidrig. Das ist die Frage natürlich, was kann der A jetzt dagegen tun? Er kriegt in diesem Fall einen Schadensersatz vom Staat. Anspruchsgrundlage wäre dann der sogenannte Amtshaftungsanspruch aus 839 BGB in Verbindung mit Artikel 34 Grundgesetz. Jetzt stellen Sie sich möglicherweise die Frage nachher, warum macht da denn nicht einen Folgenbeseitigungsanspruch gelten? Mit dem Ziel, dass die Behörde das Ganze jetzt wieder aufbaut. Scheitert daran, die Folgenbeseitigung muss der Behörde sowohl möglich als auch zumutbar sein. Und das ist nicht der Fall. Deswegen gibt es in diesen Fällen hier nur Geld. Also, wie gesagt, die Unterteilung hauptsächlich kein Geld oder Geld. Wir waren jetzt stehen geblieben bei Geld. Rechtswidriger Eingriff hatten gerade den Amtshaftungsanspruch behandelt. Dann gibt es daneben noch den enteignungsgleichen Eingriff. Und es gibt eine verschuldensunabhängige Entschädigung. Beim enteignungsgleichen Eingriff können Sie sich merken, der ist eben immer mit Rechtswidrigkeit einhergehend. Während, das werden wir gleich sehen beim rechtmäßigen Eingriff, da ist es dann der enteignende Eingriff. Also Sie können schon allein anhand dieser sprachlichen Differenzierung sagen, das eine ist rechtswidrig, das andere ist rechtmäßig. Also, nehmen wir mal folgendes Beispiel hier. Der V in unserem Beispiel, das Verkehrsteilnehmer, der hat einen Schaden erlitten. Die Frage ist, welche Ansprüche haben jetzt die Unfallopfer gegen die Behörde? Denn, Problem war hier, eine fehlerhafte Programmierung der Ampelanlage. Ich stelle mir das so vor, beide Seiten haben sogenanntes feindliches Grün. Ein vorheriges Vorgehen gegen diesen Fehler ist natürlich ausgeschlossen. Was wollen Sie denn machen? Wenn Sie auf die Ampel zufahren, werden Sie kaum vor der Ampel anhalten, Widerspruch einlegen, schriftlich am besten logischerweise, vielleicht noch einen Antrag auf Aussetzung der Vollziehung stellen, werden Sie sicherlich nicht machen, Sie werden über die Ampel drüberfallen. Und wenn es dann knallt, konnten Sie natürlich nichts machen. In diesen Fällen greift dann eine verschuldensunabhängige Entschädigung. Also, es gibt darüber hinaus noch Schadensersatz aus öffentlich-rechtlichen Schuldverträgen und wird behandelt nach § 280 Absatz 1 BGB analog. Gucken wir uns das mal. Da haben wir die A, die gibt ihre Jacke in der Rathausgarderobe ab. Die wird also von der Behörde verwaltet sozusagen. Blöderweise ist nachher der Mantel der A beschädigt. Was kann Sie jetzt machen? Sie kann in dem Falle Schadensersatz verlangen, in Geld, wieder vom Staat, nämlich Anspruchsgrundlage wäre dann § 280 Absatz 1 BGB analog. Wir haben also, wie gesagt, auf der rechtswidrigen Seite den enteignungsgleichen Eingriff, den Amtshaftungsanspruch, wir haben die Verschuldensunabhängige Entschädigung. Außerdem den Schadensersatzanspruch aus öffentlich-rechtlichen Schuldverträgen und es gibt darüber hinaus noch den öffentlich-rechtlichen Erstattungsanspruch. Der kann allerdings, das nur als kleiner Hinweis, auch vom Staat gegen den Bürger eingesetzt werden. Wenn zum Beispiel nämlich der Bürger, sagen wir mal, eine Überzahlung bekommen hat, dem hätten 2.000 Euro zugestanden, er hat aber 5.000 Euro bekommen, dann hat auch der Staat gegen den Bürger insoweit einen öffentlich-rechtlichen Erstattungsanspruch. Gucken wir uns den mal kurz an. Der A ist Adressar deines Leistungsbescheides. Der A zahlt aufgrund dieses Leistungsbescheides. Allerdings war der Leistungsbescheid rechtswidrig, gegebenenfalls sogar nichtig. Zum Beispiel wegen eines Verstoßes gegen § 37 Absatz 3 Satz 1 VWVFG, stellt sich natürlich die Frage, was kann der A dagegen machen? Naja, er holt sich das Geld zurück. Nämlich, der Staat hat hier in dem Falle ohne Rechtsgrund Geld erhalten von A. Dieses A wieder zurück. Dann ist insoweit der öffentlich-rechtliche Erstattungsanspruch die Folge. Den kann man auf 812 folgende BGB stützen. Hinweis allerdings, die Gerichte sagen, dass das ein ganz eigener Anspruch ist, der nicht direkt analog 812 folgende BGB zu behandeln ist. Er wird zwar dem Grunde nach auf dieser Grundlage abgewickelt, es soll aber ein komplett eigenständiger Anspruch sein. Also, wir hatten zuletzt jetzt gerade den öffentlich-rechtlichen Erstattungsanspruch. Dann kommen wir jetzt zu dem rechtmäßigen Eingriff. Nämlich da dann den enteignenden Eingriff. Ich hatte eben schon gesagt, enteignender Eingriff ist der Synonym für den rechtmäßigen, enteignungsgleicher für den rechtswidrigen Eingriff. Gucken wir uns auch dazu ein Beispiel an. Also, die Stadt sperrt den Zugang oder die Zufahrtsstraße zu dem Gewerbe des A für sechs Monate. Der kann also seine Autowerkstatt, deren Inhaber er ist, nicht mit den Fahrzeugen erreichen und seine Kunden natürlich auch nicht. Die Frage ist jetzt, was kann der A dagegen tun? Denn das Ganze ist notwendig, wie wir hier aus der Einleitung sehen können. Das heißt, es ist also auch rechtmäßig. Dementsprechend erleidet er einen Verlust von Aufträgen. Weil es ein grundsätzlich dann entschädigungspflichtiger Eingriff ist, dieser enteignende Eingriff, aufgrund der Verhältnismäßigkeit muss dann dem A ein Anspruch auf Entschädigung zustehen. Den hat er daneben auch. Außerdem kann es hier teilweise auch landesrechte Normen regeln, die das spezialgesetzlich regeln, zum Beispiel Artikel 87 Bayerisches PAG oder Paragraph 69 SUG Land Sachsen-Anhalt und ähnliche Vorschriften, die gleichlautend sind. Kann zum Beispiel die Regelung geben, nehmen wir hier jetzt Artikel 87 abzut 1 Bayerisches PAG oder 69 SUG Land Sachsen-Anhalt. Und jemand wird als Notstandspflichtiger in Anspruch genommen, er ist also nicht verantwortlicher, sondern er ist nicht Pflichtiger, Notstandspflichtiger also, dann möchte er natürlich dafür eine Entschädigung haben, wenn er in diesem Zusammenhang irgendwelche Aufwendungen hatte oder wenn ihm selber ein Schaden dadurch entstanden ist. Den kriegt er dann auch nach diesen Spezialvorschriften. Ein Beispiel, nehmen wir mal an, der O ist Obdachloser und wir haben jetzt Winter. Weil es keine Wohnungen gibt, wird er dann eingewiesen. Wenn das der Fall ist, dann stellt sich natürlich die Frage, wie wird denn jetzt letztlich dafür eine Entschädigung bereitgestellt, dass hier eine leerstehende Wohnung in Anspruch genommen wird. Wenn der B, also hier der Wohnungseigentümer in diesem Beispiel, Notstandspflichtiger ist und nur als solcher würde herangezogen werden können für die Unterbringung des Obdachlosen, dann steht ihm zum Beispiel über Artikel 70 Absatz 1 POG PAG letztlich einen Anspruch zu. Gucken wir uns dann nochmal weitere staatshaftungsrechtliche Anspruchsgrundlagen im Überblick an. Beim rechtmäßigen Eingriff kann es auch analoge Anwendungen geben. Nehmen wir mal 87 Absatz 1 BAG oder 69 SOG Land Sachsen-Anhalt. Analog, nämlich jemand wird als Verdacht oder als Anscheinsstörer herangezogen und der Verdacht bzw. der Anschein bestätigt sich später nicht. Jedenfalls dann, wenn dieser Anschein bzw. Verdacht nicht zurechenbar gesetzt wird, dann kann ich analog der genannten Vorschriften Ersatz verlangen. Wichtig für Sie, deswegen Achtung hier oben, zwischen den Anspruchsgrundlagen besteht Anspruchskonkurrenz. Sie können ohne weiteres nebeneinander bestehen, sobald Sie sich oder solange Sie sich logisch nicht gegenseitig ausschließen. Das müssen Sie natürlich immer prüfen. Es wird erwartet in der Klausur von Ihnen, dass Sie sämtliche natürlich relevanten Anspruchsgrundlagen kurz ansprechen. Dann haben Sie das Lernziel des heutigen Vorders erreicht, wenn Sie jetzt einen Überblick über die staatshaftungsrechtlichen Anspruchsgrundlagen erlangt haben. Dann kommen wir jetzt zu einem Abschlussfall. Den stelle ich Ihnen wie immer kurz vor. Der Fall heißt Tankstelle und den stelle ich Ihnen wie immer jetzt kurz vor. Die Stadt S ist gezwungen, eine Straße für sechs Monate zu sperren, um notwendige Straßenbauarbeiten durchführen zu lassen. Stichwort ist hier schon notwendig. T betreibt in dieser vollgesperrten Straße seine Tankstelle. Er verdient damit seinen Lebensunterhalt. Bei einer Vollsperrung ist es für seine Kunden unmöglich, seine Tankstelle aufzusuchen. Fallfrage lautet hier, um welchen Eingriff handelt es sich und ist dieser rechtmäßig? Ich denke, relativ einfach zu beantworten. Denken Sie mal an das Wort notwendig da oben. Machen wir uns zunächst eine Skizze. Da ist die Stadt, die sperrt die Zufahrtsstraße zu der Tankstelle des T. Und zwar aufgrund notwendiger Arbeiten für sechs Monate. T.S. Kunden können dementsprechend nicht an die Tankstelle fahren. Daher hat er erheblichen Umsatzverlust. Jetzt will er natürlich wissen, hat er einen Anspruch auf Entschädigung. Frage ist, ist das ein rechtmäßiger Eingriff? Also die Highlights hier sozusagen. Er verdient damit seinen Lebensunterhalt. Den kann er aber nicht verdienen, weil die Kunden seine Tankstelle nicht mehr anfahren können. Frage war, um welchen Eingriff handelt es sich und ist dieser rechtmäßig? Es dürfte sich wohl um einen enteignenden Eingriff handeln. Das ist schon mal relativ klar. Gucken wir uns das aber jetzt im Einzelnen an. Es könnte ein enteignender Eingriff seitens der Stadt S. gegen den T. vorliegen. Dazu brauchen wir zunächst mal ein öffentlich-rechtliches Handeln. Der Staat muss zunächst öffentlich-rechtlich gehandelt haben. Eine Entschädigung für ein verfassungswidriges formelles Gesetz kommt vorliegen nicht in Betracht. Zweitens Eigentumseingriff. Das Handeln muss einen Eingriff in die Eigentumsfreiheit des Artikel 14 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz darstellen. Eigentum in diesem Sinne ist jedes vermögenswerte Recht des Privatrechts. T ist Inhaber der Tankstelle, somit zählt die Tankstelle zu seinem Privatvermögen. Und damit liegt auch ein Eingriff in T's Eigentum vor. Dieser Eingriff muss unmittelbar sein. T's Beeinträchtigung müsste unmittelbar aus der Straßensperrung resultieren. Durch die Vollsperrung der Straße kann keine Kundschaft zur Tankstelle des T's gelangen. Folglich erleitet der Tee für sechs Monate erhebliche Umsatzeinbußen und kann seinen Lebensunterhalt so jedenfalls nicht mehr bestreiten. Eine unmittelbare Beeinträchtigung liegt demnach vor. Hier ist davon auszugehen, da der Eingriff zur Eigentumsbeeinträchtigung des T geführt hat, die für die konkrete Betätigung der Hoheitsgewalt typisch ist hier. Hier liegt auch keine zufällige Begleiterscheinung vor, denn es ist ja klar, dass das damit einhergeht. Die Unmittelbarkeit eines Eingriffs liegt also vor. Dann müssen wir prüfen, Rechtswidrigkeit, Rechtmäßigkeit. Das öffentlich-rechtliche Handeln müsste rechtswidrig gewesen sein. Beim enteigneten Eingriff erfolgt der Eingriff durch eine unbeabsichtigte, schädigende Folge eines rechtmäßigen, hoheitlichen Handelns. Diese Folgen muss der Betroffene aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen hinnehmen. Sie überschreiten jedoch dabei die Grenze des Zumutbaren. Stichwort Sonderopfer. Es liegen nämlich keinerlei Gründe vor, dass die Vollsperrung hier unrechtmäßig wäre. Es ist davon auszugehen, dass diese Straße der Stadt gehört und eine solche Sperrung eben, wie der Sachversalte schon sagte, unumgänglich, also notwendig ist. Folglich ist der hoheitliche Eingriff rechtmäßig. Das heißt, wir sind beim sogenannten enteignenden Eingriff. Dann müssen wir uns die Frage stellen, ob ein Sonderopfer vorliegt. Ein Sonderopfer liegt vor, wenn der Betroffene im Vergleich zu anderen ungleich behandelt wird, wenn er eine anderen nicht zugemutete, die allgemeine Opfergrenze überschreitende besondere Belastung, durch die Folgen der Handlung hinnehmen muss. Rechtmäßiges, hoheitliches Handeln ist grundsätzlich hinzunehmen, also in jedem Falle zu dulden, das ist klar. Das staatliche Handeln stellt für den T ein Sonderopfer dar. Der rechtmäßige hoheitliche Eingriff bei T stellt nämlich im Verhältnis zu den übrigen Bürgern eine besondere Belastung dar. Hier liegt eine zeitlich absehbare Duldungspflicht des T zugrunde. Dann könnte man sich die Frage stellen nach einem Mitverschulden, 254 BGB analog, das scheidet hier aber aus. Also es kann der Aspekt des Primärrechtsschutzes eine Rolle spielen. Allerdings handelt es sich hierbei eher um einen theoretischen Gesichtspunkt, weil zum einen ein rechtmäßiges, hoheitliches Handeln grundsätzlich zu dulden ist, also wie hätte er dagegen vorgehen sollen im Ergebnis, und zum anderen in der Praxis bei Realakten de facto kaum Zeit für ein Vorgehen im Wege des Primärrechtsschutzes besteht. Also hätten wir hier wohl sagen müssen, es gibt kein Mitverschulden. Und dann die Frage der Verjährung. T kann seinen Anspruch auf Entschädigung innerhalb von drei Jahren, also Regelverjährung, fristgerecht gelten machen. Da hier keine zeitliche Angabe zu finden ist, ist von einem fristgerechten Handeln des T auszugehen. Es liegt also keine Verjährung vor. Inhalt des Anspruchs. Der Inhalt des Anspruchs folgt den Grundsätzen der Enteignungsentschädigung und ist grundsätzlich auf den vollen Ausgleich des erlittenen Vermögensverlustes gerichtet. Hier kommt also der Vermögensverlust bei T für die Dauer der Sperrung der Straße in Betracht, welcher durch S, also die Stadt, dann ausgeglichen werden muss. Dann die letzte Frage in dem Zusammenhang, Rechtsweg. Gemäß § 40 Absatz 2 Satz 1 VWO entscheiden die Zivilgerichte über die Ansprüche aus enteignendem Eingriff. Dann können wir im Ergebnis feststellen, es liegt ein rechtmäßiger, enteignender Eingriff vor. T hat einen Anspruch gegen S auf eine entsprechende, angemessene Entschädigung. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle für Ihre Aufmerksamkeit. Ich würde mich freuen, man muss beim nächsten Wort auch wiedersehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.